Großmama, was ist bloß los? Deine Ohren sind so groß, größer als die weißen Segel von den Schiffen auf den Meeren. Liebe Oma, sag doch an, warum hast du die heut dran? Damit ich dich auch hören kann. Damit ich dich auch hören kann. Damit ich dich auch hören kann. Frag nicht so viel und komm nur ran.